Der BVB-Kader im Check zum Durchklicken. Bildergalerie BVB-Kader im Check. Anführer, Verletzte, Transferziele 19 Bilder. Es ist mal wieder recht schön an der Costa del Sol. Während hier zu lange Schmutterwetter und bisweilen Schneeke ausherrschen, genießen die Profis von Borussia Dortmund in Mabea strahlenden Sonnenschein. Bei knapp 20 Grad steht aber beim BVB in seinem angestammten Domizil im Wintertrainingslager schweißtreibende Arbeit auf dem Programm, Testspiel, Borussia Dortmund, Fortuna Düsseldorf ab 15. 55 Uhr live im TV auf Sport 1, die 6 Punkte Vorsprung auf Rang 2, die Dortmunds zum Favoriten auf den Meistertippel machen, lassen den BVB entspannt in die Rückrunde blicken. Und dennoch ist mächtig Bewegung bei Schwarz-Gelb, Christian Pulisic verlässt den Klub im Sommer in Richtung Chelsea, und auch andere Akteure wecken Begehrlichkeiten. Anzeige, jetzt das Trikot des BVB kaufen, hier geht es zum Job. Jungstar Jadon Sancho reiste erst am Wochenende nach Spanien nach. Dazu macht an der verletzten Front vor allem der Zustand von Manuel Akanji Sorgen. Sport 1 macht den Kadercheck beim Team von Coach Müsma Favre.